Hallo, in diesem Screencast ein paar Tipps. Ich öffne ein Terminal. In meinem persönlichen Order befinden sich drei Textdateien. Und zwar a.txt, b.txt und c.txt. Der Inhalt der Dateien sieht wie folgt aus. Nun möchte ich die Dateien vergleichen. Diff ist das Standard-Tool, um den Inhalt von zwei Dateien zu vergleichen. Welche Optionen beim Vergleich zur Verfügung stehen, wird nach der Eingabe div-heerzeichen-help deutlich. Div-Datei 1, Datei 2, also div-heerzeichen-a.txt, lehrzeichen-b.txt, listet die Unterschiede zwischen den zwei Dateien auf. Minus y initiiert einen Detailvergleich. Mittels minus r können ganze Verzeichnisse verglichen werden. Per Tour div 3 kann man sogar einen Vergleich von drei Dateien anstoßen. So zum Beispiel div 3. Leerzeichen a.txt, b.txt und c.txt. cmp a.txt, b.txt ermittelt ab den wievielten Zeichen sich zwei Dateien unterscheiden. Mit minus l werden alle Stellen aufgelistet. com, Leerzeichen-Datei 1, Datei 2, also a.txt, Leerzeichen b.txt, vergleicht die Dateien zeilenweise. Mit der Option minus 1 werden Zeilen unterdrückt, die nur in Datei 1 auftauchen. und mit Option minus 3 kann man veranlassen, dass Zeilen, die in beiden Dateien auftauchen, unterdrückt werden. Ciao und viel Glück!